Moin Sportazoubis 2019 wir sind zurück kreative pause nach unglaublichen ich glaube mit vier videos 1500 aufrufen muss man den ganzen hype erst mal ein bisschen sacken lassen der capitano ist heute unterwegs für eine neue sportazoubi folge und zwar nach berlin oder ich bin jetzt schon in berlin wir fahren zur bike academy und schauen uns da ein aerofitting an und zwar von ne verraten wir noch nicht werdet ihr gleich sehen aber weil der capitano so verwirrt war mit der kamera bin ich erstmal an der richtigen abfahrt hüttenweg vorbeigefahren und jetzt stehe ich im stau ich habe es geschafft wurde auch zeit parkplatzsuche gestaltet sich ja in berlin auch immer sehr einfach ich bin schon einmal an der anschauf vorbeigefahren sondern gar keine werbung gesehen vom bike academy deswegen muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal suchen ich habe es ein bisschen bunt und hier sieht schon mal sehr gut aus so und jetzt sehen die zuschauer auch wegen wem wir heute hier sind wir schauen heute franz beim bikefitting zu so die physiologie von franz ist gecheckt er ist das frische problem aber auch schon geklärt der magnet von der sattelklemmung der war im rahmen verschwunden nachdem franz aus barcelona gekommen ist hat er das rad ich glaube letzte woche das erstmal ausgepackt ich bin thomas von der bike academy vom biomeyce concept lab in berlin wir haben heute den franz hier haben gerade ein paar test gemacht zu seiner beweglichkeitsstabilität und jetzt fährt er sozusagen seine baseline fahrt und wir schauen mal wie er drauf sitzt was seine füße machen was am sattel passiert was sein becken macht und er ist ja auf der suche nach dem den arweg und jetzt schauen wir mal was daraus zu erkennen deine baseline fahrt hast du hinter dir? wie sieht es aus, wo fühlt ihr dich? aerodynamisch oder geht auf alle Fälle noch einiges ich habe ja gehört bewegungsmäßig kannst du auf jeden Fall noch was rausholen ja ich bin übers Wochenende ein bisschen stein geworden alles klar ja das fazien von dem bike fitting ist es war ein kleiner schritt für thomas ein großer schritt für mich wie es die amis sagen würden wir mussten jetzt nicht extrem viel ändern wir sind vom sattel ein stück runter gegangen nur ein ganz kleines mühe und haben auch die sattelneigerung ein klein wenig runter genommen und konnten dadurch halt schon einen enormen vorteil erschaffen und die position auf dem bike verbessern so und franz 60 watt einsparung oder? mindestens mindestens die durch warme Anseite ich bin schon gespannt auf den windtunnel test ich auch Sportazubi freunde es ist schweinekalt in berlin bike fitting ist zu ende wie franz schon gesagt hat ein bisschen weniger veränderungen als er erwartet hat man hat ja immer das gefühl man muss ganz zwingend unbedingt tiefer sein und unbedingt in den ellbogen enger sein aber das ist nicht alles denn die ökonomie spielt ja auch eine rolle ein paar watt kann er noch einsparen indem er seine beweglichkeit noch weiter verbessert er ist ja schon relativ beweglich und dann schauen wir mal was beim nächsten rennen dabei rauskommt der Capitano und die Sportazubis verabschieden sich bis zur nächsten Folge Ciao bis zum nächsten Mal